So, hallo meine Lieben und Willkommen zurück zu Miss Survival. Als erstes Dankeschön für die ganzen lieben Kommentare. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe mir mal hier so schon mal ein Lagerfeuer gebaut, da oben ein Grill. Dann hier sind schon mal die Bretter für das Bett. Und wir hatten heute Nacht Besuch. Ich wollte die Zeit ein bisschen vorspulen, weil der kocht ein bisschen. Das ist jetzt das Neue. Sofern die hier Licht kriegen, dann fangen die an zu brutzeln. Ich habe hier meine Munition, dann habe ich hier Waffen. Hier habe ich gar nichts. Auch nicht. Da habe ich was. Okay, da habe ich ja hier schon vier. Und ich brauche aber zehn, glaube ich, von meinem Bett. Wartet. Sechs. Okay, Bretter habe ich schon da. Die habe ich denn jetzt da. Wie habe ich? Nee, bitte eins. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen looten. Hier, den Schrank habe ich leer gemacht, glaube ich, hoffe ich. Ja. Und hier ist kein Schrank. Ich habe mich hier ein bisschen doppelt gesichert. Wo ist der reingekommen? Ähm. Das ist so. Das ist auch so. Hä? Der kann hier eigentlich gar nicht reingekommen. Dann habe ich hier noch Holz drinne und ein bisschen, also so Baumaterialien halt, ne? So. Dann stelle ich die mal nach. Und mal aufbrechen. Ähm. Die Dinger habe ich hier weggemacht, die hier waren. Das waren ja so eine Kisten und, und, äh, die Schubkarre und hier war noch ein Fass. Das habe ich auch weggemacht. Gut, dann wollen wir mal los. Äh, am besten, äh, am besten, oh, hier liegt noch einer rum. Die liegen hier alle rum. Wieso liegen die hier rum? Hä? Sehr gruselig. Äh, hätte ich vielleicht noch was zu Hause lassen? Warte mal. Ja. Naja. Doch. Nein, das bringen wir erst nach Hause. Okay. Schande. So. Ja. Eigentlich wollte ich dich jetzt nicht so haben. Halt. Mach du mal zu. Zu und gehst mal weg. Hier habe ich ja auch. Hier habe ich schon die Seile und Steine. Ein Ast. Ob das ist ein Ast? Das weiß ich auch noch nicht so genau. Dann habe ich hier gar nichts Gutes packen mit die Dinger rein. Erstmal. Und hier unten habe ich, glaube ich, na, da unten, na. Da unten habe ich, glaube ich, hä? Habe ich in das Werkzeug reingepackt? Da habe ich den Alkohol. Da habe ich die Nägel und noch was zu essen. Das ist gut. Das nimmt mich mit. Irgendwann habe ich auch das Werkzeug. Da war ein Streicher, als ich es nicht gesehen habe. Okay, die nehmen wir und packen sie dann. Quatsch, packen sie dann. Das ist ja schon mal für Feuer nachher. Hä? Keine Ahnung. Packe ich den da rein? Die da rein. So. Das nimmt mich mit. Das nimmt mich. Das nimmt mich auch mit. Das nimmt mich auch mit. Das kann ich ja nicht hier lassen. Warte. Packen wir einfach hier rein. Und die auch. Gut. Den Rest können wir vollladen. Okay, jetzt aber. Jaja. Leere Taschen. Ihr wisst, das geht schnell, um toll zu sein. Wir gehen erstmal hier hoch. Da weiß ich, da haben wir kein... Keine Banditen. Sondern mehr Loot, Loot, Loot. Irgendwann ist was vorne noch so. Und die Rede kann ich nicht. Ähm. Das habe ich noch nicht. Okay. Mars. Leer. Eieiei. Leer. 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 Keine Cola. Sehr gut. Nimm ich. Das ist nichts. Das ist nichts. Hier ist wieder Sprit. Wir haben kein Kanister. Leider. Das auch nichts. Okay. Halt mal. Gut. Es gibt gleich Mist. Ich sehe das doch. Oh Mann, oh. Okay. Da. Da. Das sieht sich auch. So. Eine Wasserflasche. Ah. Wie schön. Jedes Mal bei mir. Das ist schon mein zweiter Mist. Welcher Tag? Der zweite Tag, mein zweiter Mist. Ist doch genial. Ja, vielleicht kann ich das ein bisschen vorspulen. Ihr wisst, wir haben noch nichts, um uns gegen die zu ficken. Ganz leise. Tada! Wir haben es echt mal geschafft durchzuschlafen. Das ist eigentlich sehr... Na gut. Gut, dann nicht, dann nicht, dann nicht. Dann gehen wir hier hin. Da liegt was, das nehmen wir. Ja ihr Lieben, das wird wohl eine Loot-Tour. Ich hoffe, ruhige. Ich nehme euch jetzt überall mit. Mit? Limme? Limme? Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ja. Ich habe es gesehen. Von meinem Bett, die her. Ich hatte doch aber auch irgendwo auf irgendeiner Taste. Oh! Ein Rucksack. Sehr schön. Die nehmen wir auf jeden Fall. Auf irgendeiner Taste habe ich auch nicht Taschenlampe gehabt. Das weiß ich. War das L? Ja. Okay. Da war was. Eine Blaubeere. Okay. Oho. 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 Aufkissen. Oh ja, nehme ich auch. Okay. Ich weiß nicht, ob wir auch diesen... Äh? Äh, das ist okay. Das ist doch nicht cool. Naja, gut. So viel können wir damit nicht anfangen. Oh! Motor! Okay. Können wir auch nicht mehr damit anfangen. Aber schon mal der Anfang? Ein Kanister. Ja, der ist sehr gut. Okay. Eine Batterie. Oh. Noch eine Batterie. Da wissen wir auch noch nicht so recht, was wir damit sollen. Aber da wird sich schon was finden lassen. Toll, oder? Mann. Okay. Ähm. Dann. 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 Was krieg ich jetzt nochmal Mist? Ach komm. Der muss irgendwo... Spinn sein. Spinn, spinn, spinn. Okay. Dann. Das ist nochmal bei der... Ähm. Quatsch. Batterien. Munition. Es den. D. Und nimm den. Okay. Wir kriegen nochmal Mist, Leute. Ich fasse es nicht. So. Sag mir mal wo der Spinn ist. Hier war ich ne. Das weiß ich. Weiß noch nicht wo... Oder hier so ein Kanten, so ein Dings da. Ich nehme mich mit. Hallo? Was war das? Achso. Wie, war das? Warte, warte, warte. Toll. Äh, irgendwie war du. Äh. Hallo? Warte, du? Da liegt was. Kann ich auch nicht mitnehmen. Oh, ne toll. Ach, Leute. Irgendwas, wo wir was reinpacken können, wäre schön. Komm mal. Das, das, das. Den Stein kann ich mitnehmen. Das. Weil ich voll bin. Nein. Ähm. Komm ich denn da hoch? Ich will da hoch. Da drüben ist ne Kiste. Ne Militärkiste. Also, ich nehme die. Das ist besser als gar gar nichts. Hallo? Oh. Oh je. Das hier. Warte, ich packe erstmal das da rein. Die nehme ich raus. Ähm. Ne leere Wasserflasche. Na, das können wir gebrauchen. Die packe ich da hin und die packe ich da hin. Die. Und die. Okay. Move. Komm. Ähm. Da hinstellen? Hier liegt überall was rum. Hallo? Natürlich einsammeln. Logisch. Ähm. Warte mal da. Ich küsse im Geschäft von da bin ich gekommen. Dann war ja hier noch was. Ja, ich weiß. Looten. Looten. Aber looten ist wichtig. Alles. Das kann ich nicht. Das kann ich auch nicht. Das kann ich nicht. Okay. Das kann ich nicht. Da oben ist was drauf. Da kann ich ja nicht hoch, oder? Da kommen wir nicht hoch. Naja. Mein Bett kann ich auf jeden Fall bauen. Das ist sehr schön. Kann ich das kaputt hauen? Das sieht genauso aus wie das von mir vor der Tür. Das geht nicht. So. Gut. Dann würde ich sagen. Hier bin ich. Oh was. Ich bin schon wieder voll. Nicht gut. 40 Grad. Das ist keine gute Temperatur. Oh. Das heißt. Es geht gleich wieder los. Da habe ich alles, oder? Ja. Tja, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet alle einen wunderschönen Tag. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Aber man kann es ja nicht auf genug sagen. Wir bringen das erstmal nach Hause. Ich muss mein Gepäck leer machen. Ich bin ziemlich voll. Dann können wir oben gleich mal das Bett bauen. Dann müssen wir natürlich auch die Autosachen kaufen. Nein. Gleich wie der Loh. Der Neb. Oh. Oh. Geh auch so auf dem Nebel. Oh. Wenn man natürlich auch gleich den Kanzin-Kanister. Ich finde das toll, dass sie diese Geräusche so unterschiedlich gemacht haben. Wenn man auf Gras geht. Oder auf Sand. Das hört man dann schon deutlich. Dann ist eine. Okay. Dann beile ich mal ein bisschen. Hinstellen. Ein. Fühl zu. Move. Dahin. Move. Okay. Habe ich deutlich gesehen. Okay. Tchuuu. Hey, das war mir jetzt ein bisschen zu kribbelig. Auf jeden Fall haben wir schon wieder Nebel. Auf jeden Fall. Okay. Also, Tag zwei und ich habe hier 1000 Nebel. Okay. Da fehlen mir noch ein paar Bretter. Habe ich keine Bretter mehr? Hallo? Nein. Davon habe ich noch jetzt. Davon habe ich auch genug. Aber ich habe nur wenig Bretter. Aber ich habe nur wenig Bretter. Das ist schlecht. Äh. Wir haben ja jetzt auch Handschuhe. Ja. Dann bauen wir halt nur das kleine Bett. Okay. Hier geht das hier ab. Ja. Und bretter. Ja. Laufen die denn überhaupt da draußen? Sie ist nicht. Wir könnten uns aber auch breiter machen. So. Okay. Okay. Er steht schon und dann die doppelt gesichert. Äh. Ja, ja. Ich weiß. Aber ich dachte, ich mache mal so. Das ist besser. So. Jetzt müsste es reichen. Ich esse das mal. Okay. Okay. Ich sag, wer hat mir davon aber nicht und du ist. Haben wir immer noch. Na gut. Okay. Egal. Wir wollen uns jetzt das große Bett. Hey. So. Zack. Okay. Das speichern wir auch mal gleich. Und jetzt Pügel. Wir sind immer noch voll hungrig. Ich wüsste. Okay. Was zu essen? Rausmüll mache ich nachher. dringend. Und das ist ja trotzdem. Gut. Also wir haben jetzt das Bett. Wir haben eine doppelte Tür. Und. Das essen wir. Also wir haben ja nicht viel erreicht, ja. Okay. Dann. So speichern. Das ist schon nicht so. Den speichern wir. So. Okay. Das ist mir jetzt aber ganz schön. Oh. Warum? Hilfe. Lass mich. Okay. Das war. Oh nein. Ich hab wieder diesen Bug. Der blinzelt. Okay. Welche Munition hab ich denn? Wie. Das ist falsch. Ein Schuss. Ich kann jetzt auch gerade gar nichts für nur Viers machen. Die können wir noch bauen. Vier Sticks. Habe ich jetzt vier gemacht? Ja, ne? Ja. Vier. Was? Aber ich kann die jetzt gar nicht eins. Okay. Dann packen wir die da ein. Okay. Okay. Überlegen mal, wie ich das am besten kann. Okay. Das ist schwer. Den könnte ich auch. Drei Stück. Ich glaube, die soll ganz gut sein, ne? Speere. Oh, die stacken nicht. Okay. Das ist natürlich gut. Ich hatte die paar momentan. Und so. So. Okay. Oh, man kann ein Schild bauen. Okay. Ja, alles klar. Die Munition, ne? Hey, da ist ein Hut. Hey, was ist das denn? Das ist ja cool. Okay. Okay, wo kriegen wir den Kuh? Hier. Ich hab noch gar nicht gesehen. Das ist ja cool. Da kriegt er so ein... Das ist ja interessant. Hihi. Was gibt's ja noch Neues? Wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich mal weitergucken. Okay. Oh, hier muss man eine Schaufel und dann kann man hier was anpflanzen. Das ist das, was ich vorhin gefunden habe, glaube ich. Alles klar, das ist ja das Übliche, oder? Oh, das ist ja auch ein schickes Bett. Das sind die Schränke. Okay, das ist normal. Das sind die Stühle. Okay. Hier ist klar. Ja, das ist auch klar. Die haben sich nicht geändert. Bestimmt, die Häuser hier sind ja jetzt richtig große Häuser. Oh, ein fettes Ding hier. Aber auch man hier... Wow. Braucht man hier zu euch für... Meine Güte. Okay. Gibt's ja den Zaun, ist ja klar. Die Tür habe ich mir schon gebaut. Die ist ja hier vorne. Dann den großen, das gibt's ja schon lange. Also das gab's ja auch schon... Ja, außer das hier. Weiß ich gar nicht. Okay, auch so eine kleine Treppe. Oh, cool. Und so ein... Oh, oh, guck mal hier ein Wachtturm bauen. Okay, das ist der Hühnerstall. Den hatten wir schon, aber hier, guck mal. Okay, das Hühnchen brauchen wir ja trinken. Müll. Das ist klar, den hatten wir schon, das auch, das auch. Auch, das auch, das auch. Den konnten wir, das konnten wir auch. Den müssen wir jetzt auch bald bauen. Aber auch mit Wasser. Den gibt's ja auch schon lange. Ja, das ist klar. Ja, den habe ich ja schon. Okay, den und das. Okay, das können wir auch bauen. Das ist ja toll. Und so eine Feuertonne. Würde ich ja gar nicht haben. Ja, cool. Können wir einiges machen. Aber, ich würde sagen... Aber, ich würde sagen... Gott. Ich würde sagen... Ja, genau. Entschuldigung. Das ist klar, ich würde sagen... Aber, ich würde sagen... Ich würde sagen... Was sind das? Das kann ich auch gar nicht mehr wie man ziehe, warum? Was war denn das? Junge, wie gruselig! Ah, ok. Toll, dann würde ich das mal bauen. Puh. Also das war jetzt interessant. Aber ihr lieben es schon ziemlich spät. Ich würde sagen, wir hören uns morgen wieder. Ich werde hier mal mein Gepäck leer räumen. In die Schränke reinräumen. Das von draußen reinholen logischerweise. Ich glaube, ich werde auch noch mal losgehen. Noch mal ein bisschen looten da hinten bei diesem Camp, da wo wir eben waren. Und den Sprit holen natürlich aus den beiden Autos, ist ja klar. Und dann nehmen wir uns morgen wieder. Morgen wollen wir mal in die andere Richtung. Mal gucken, was wir da so finden. Zur Tankstelle möchte ich auf jeden Fall. Zu dem Hotel auf jeden Fall. Das ist ja beides eine Richtung. Da müssen wir bei den Banditen vorbei. Vielleicht treffen wir auch meinen Freund, den Bären. Ich bin gespannt. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Morgen und tja, bis morgen. Bye. Bye. Bis zum nächsten Mal.